Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr sehen könnt, an welchem Drucker, zuletzt von wem, welche Vorgänge gedruckt wurden. Dazu gehen wir hier auf Jobs, Druck, Druckaufträge. Wenn wir jetzt erstmal alle Vorgänge sehen wollen, die in der letzten Zeit gedruckt wurden, nehmen wir erstmal hier die Checkbox nur fehlerhafte weg und wählen hier keinen Sachbearbeiter aus. Bestätigen mit der Suche und sehen hier, was zuletzt gedruckt wurde. Jetzt können wir die ganze Suche noch ein bisschen einschränken. Wir könnten zum Beispiel jetzt hier einen Sachbearbeiter fest bestimmen. Dann kriegen wir nur alle Ergebnisse von diesem Sachbearbeiter. Wir können aber auch hier bei Titel die Bestellart zum Beispiel wählen, das Angebot wählen, den Auftrag wählen, verschiedene Vorgänge können wir hier auswählen und einschränken. Man könnte auch nach einem bestimmten Drucker versuchen. Ich nehme jetzt mal in diesem Beispiel die Auftragsbestätigung und erhalte hier alle Ergebnisse zu diesem Vorgang.